Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Linksfraktion gibt vor, einen umfassenden Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten zu können und zur Beendigung der Zwangsmaßnahmen beizutragen. Letzten Endes greift er viel zu kurz und ist zu einseitig auf die finanziellen Aspekte der Corona-Krise ausgerichtet. Ein wenig aufgehübscht wird der Antrag durch ein paar schöne Schlagworte aus dem Wörterbuch »Linker Parlamentskultur«, um auch die Stammwählerschaft zu bedienen. Ihr Antrag ist ein reiner Schaufensterantrag. Auch wir möchten, dass diese Zwangsmaßnahmen schnellstmöglich beendet werden. Da wurde von uns heute schon viel gesagt. Es muss jetzt gehandelt werden. Wir wollen einen ordentlichen Plan, der aber an weit mehr als an der Neuinfektionsrate orientiert. Diese ist nämlich stark vom Testgeschehen abhängig und daher allein betrachtet ein denkbar schlechter Parameter. Die Staatsregierung wird wohl aber bei ihrer Öffnungsstrategie genau daran festhalten, an was Sie sich orientieren, wollen Werte Linksfraktion, bleibt offen. Sie wollen es an einem runden Tisch klären und diesen hier etablieren. Nur leider ist so ein runder Tisch eine völlig unverbindliche Runde, bei der am Ende im Zweifel nichts dabei herumkommt. Auch das Parlament bleibt weiterhin außen vor. Wir hatten hier im Landtag bereits sowohl die Parlamentsbeteiligung mit der Sicherung eines Parlamentsvorbehaltes, also mit Abstimmung für die Anordnung von Schutzmaßnahmen, gefordert einzuführen. Ebenfalls forderten wir die Einrichtung eines zeitweiligen Corona-Ausschusses in dieser Krise, der Ihnen zu wenig ist, wie Sie es in Ihrer Rede schon angesprochen haben, Herr Gebhardt. Auch dieser Corona-Ausschuss hätte Sachverständigen anhören können, wie Ihr runder Tisch auch vorgeschlagen wurde. Beides fand leider keine Unterstützung aus den Reihen der Linksfraktion. So, dass es jetzt schon ein bisschen absurd ist, jetzt diesen runden Tisch zu fordern. Es ist auch einfach zu spät für sowas. Das nächste Problem, was Ihr Antrag beinhaltet, ist, dass Sie genauso wie die Staatsregierung die Impfung als alleinigen Ausweg aus der Corona-Krise betrachten. Wie sieht es aus mit der Stärkung des Immunsystems, Sport, gesunde Ernährung? Nun entwickelt sich aber die Impfkampagne immer mehr zu einem echten Debakel. Auf absehbare Zeit wird, wenn es so weitergeht, keine adäquate Impfrate erzielt werden können. Die Impfung zur schnellen Beendigung der Zwangsmaßnahmen scheidet daher weitgehend aus, zumal Sie einen Unsicherheitsfaktor völlig außen vor lassen. Frau Klingenschwitzer, gestatten Sie eine Zwischenfrage am Mikrofon? Nein. Was ist eigentlich, wenn Sie nicht genügend Menschen freiwillig den Impfstoff verabreichen lassen wollen? Frau Köpping schließt die Impfpflicht ja bislang aus. In diesem Fall scheitert entweder der Ausweg durch die Impfung oder es kommt doch eine Impfpflicht. Warten Sie mal, Frau Klingenschwitzer, ich muss noch mal darauf hinweisen, es ist wirklich sehr unruhig hier im Saal. Sehr unruhig hier im Saal. Fahren Sie bitte den Geräuschpegel etwas nach oben. Ihr Antrag, liebe Linksfraktion, ist leider wenig durchdacht. Dann wollen Sie noch die Eltern mit einem Corona-Elterngeld entlasten. Das ist eine schöne Forderung, greift aber alleinig auch viel zu kurz. Wir haben hier in diesem Hohen Hause bereits angeregt und auch gefordert, die Mehrwertsteuer auf Produkte und Dienstleistungen mit Kinderbezug dauerhaft abzusenken. So haben gerade Eltern mit kleinen Einkommen mehr Luft für Konsumausgaben anzuregen. Auch hier kann man sich fragen, wie ernst nehmen Sie sich und Ihre Forderungen eigentlich, wenn Sie unsere Forderungen nur, weil Sie von der AfD kommen, kategorisch immer ablehnen. Den nächsten Punkt habe ich eingangs schon angedeutet. Sie als Linksfraktion geben sich hier im Landtag immer stets als sozialer Kümmerer. Genau das vermisse ich aber bei Ihrem heutigen Antrag. Sie vernachlässigen völlig, dass zur Überwindung der Corona-Krise auch die Schaffung neuer Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie die Stärkung vorhandener Angebote gebraucht werden. Die sozialen Probleme haben durch die Zwangsmaßnahmen zugenommen. Und sie werden weiter durch die anstehende Wirtschaftskrise weiter zunehmen. Die Corona-Krise wird wohl zunehmend zu einer sozialen Krise werden. Ihr Antrag vermisst an dieser Stelle also auch die notwendige Weitsicht. Sie sehen also, ein paar gut klingende Forderungen sind schnell auf dem Wunschzettel geschrieben. Durchdacht ist das aber noch lange nicht und wird daher den Bürgern im Zweifel nicht viel helfen. Zumindest nicht jetzt. Wir lehnen Ihren Antrag daher ab. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.